Neue Kanzler, neue Präsidenten, neue Gesundheitsminister, Justizminister und so weiter. Die Show geht los, präsentiert ARS Fernseh-Podcast von Ulrich und Ole. Selbstverständlich müssen wir mehr für unsere eigene Sicherheit tun. Im Inneren wie nach außen. Das Geschäftsmodell Deutschland, auf das wir uns so schön Jahrzehnte eingerichtet haben. Billiges Gas, billiger Importe aus China, teure Produkte in aller Welt und die Amerikaner bezahlen unsere Sicherheit. Das ist jetzt zu Ende. Das ist aber auch gar nicht so tragisch. Da müssen wir uns drauf einstellen und da müssen wir mit umgehen und müssen die Konsequenzen daraus ziehen. Die Vorstände von Deutschlands großen börsennotierten Unternehmen haben 2023 so viel Gehalt bekommen wie nie zuvor. Das geht aus einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hervor. Wir brauchen schon auch eine Wende, eine wirkliche Wende in der Migrations-, in der Wirtschaftspolitik. Und ich glaube übrigens auch eine Wende, manchen nennen das vielleicht altmodisch und altbacken, aber auch ein Stück weit geistig-moralische. Die Dinge, die Deutschland ökonomisch und auch in der Verlässlichkeit stark gemacht hat, diese Dinge diskutiert heute keiner mehr. Wie Fleiß, Leistung, Pünktlichkeit, Berechenbarkeit. Das muss wieder in den Vordergrund gerückt werden. So, das sind doch Perspektiven auch für die Energieversorgung unseres Landes. Nicht einseitig auf Wind und Sonne, sondern zu sagen, alle Erzeugungsquellen, die es möglich macht, zu haben. Ich glaube sogar, dass wir, wenn wir das richtig machen, eines Tages die Windkrafträder wieder abbauen können, weil sie hässlich sind. So, wir stehen vor einer geistig-moralischen Wende hin zum Fleiß. Und der Maßstab, an dem wir den Erfolg unserer kleinen Revolution hier ermessen in Deutschland, sind die abgebauten Windräder, in Zahlen ausgedrückt. Ja, wir müssen wieder berechenbar werden. Darum geht's. Ja, wir müssen jetzt alle wieder berechenbar werden. Ja, was soll man sagen? Es ist, es geht in die richtige Richtung. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es macht Spaß, ja. Also sich das gerade anzuschauen, macht sehr viel Spaß. Weshalb wir gleich zu unseren Lieblingsthemen kommen. Wir haben heute eh nur zwei Themen. Ampel und Trump. Du hast ja, du warst auf Reisen, ne? Ich war in Schottland, ja. Das heißt, du kannst uns jetzt kurz schildern, wie man im schottischen Fernsehen damit umgegangen ist. Mit Trump. Und war Deutschland auch, spielt da auch eine Rolle? Ähm, ich bin ja erst nach der US-Wahl gefahren. Ah ja. Ähm, ich kann, ich glaube, mit Deutschland hat sich ehrlicherweise keiner beschäftigt. Also, ich hab's auch dort nur als Randnotiz wahrgenommen. Es ist jetzt nicht so, als würde darüber viel gesprochen werden. Ähm, da geben die sich so viel Mühe. Also, diese Erzählung, die ja die Deutschen haben, so ein bisschen, ne? Also, erst Trump und jetzt tun wir der Welt auch noch an, dass wir führungslos sind. Ja. Das kommt da nicht ganz so rüber. Das ist schon sehr spezifisch deutsch, dass man das quasi so in eine Reihe setzt, ne? Als Trump, dann die deutsche Bundesregierung, es geht bergab, wir müssen jetzt wieder beständiger werden, berechenbarer werden. Das ist ein sehr deutsches Phänomen. Das merkt man im Ausland nicht ganz so. Die haben da ihre eigenen Probleme. Ah ja. Und ja auch nicht zu knapp. Ist also eher so ein Oma-Erner-Thema. Naja, gut. Ähm, die Frage, womit man jetzt einsteigt, ist besonders interessant, wenn man sich jetzt, so wie wir, gleich versucht, nochmal zu vergegenwärtigen, was nicht mehr gegenwärtig ist. Also, sagen wir es mal so, sehr viele Medienproduktionen finden gerade so außer der Reihe, neben der Spur sozusagen statt, weil man nochmal schnell die neuesten Meldungen und so weiter irgendwie mitteilen muss. Ich denke aber, es ist interessanter, wenn wir, so wie immer wir das machen, chronologisch nochmal durchgehen mit dem aktuellen Wissen, das wir haben. Denn wenn wir so Nachrichtentage haben, wo es wirklich kriegsentscheidend ist, ob es gerade 16.07 Uhr oder 18.05 Uhr ist, mit seiner Meinung, kann man ja ruhig nochmal so nachschauen. Aber zum launigen Einstieg machen wir sozusagen etwas abseitig. Wir gucken mal nur auf die Trump-Pics. Also, die Kabinettsberufungen von Donald Trump, wie sie bis jetzt stehen, denn hier muss jetzt gerätselt werden. Also, hier müssen wir einfach rätseln, was das soll. Vorab können wir ja nochmal kurz, du hast ja auch in deinem neben der Spur-Podcast über den subnationalen autokratischen Zug Amerikas einprogrammiert in die Geschichte gesprochen. Was ich ein überraschendes Thema fand, weil, wenn autokratisch, dann doch von oben. Ähm, ja. Das ist aber in den USA tatsächlich special, ja. Die USA, also es ist ja albern davon auszugehen, dass die USA keinen autoritären Züge in sich tragen würden. Und oft war es eine Bewegung vom Rand in die Mitte hinein, ja. Genau, und Rand in die Mitte ist, ja, aber es ist, man könnte auch sagen, von unten nach oben oder wie auch immer. Ja, man kann auch sagen, von unten nach oben, ja. Und das sehen wir ja jetzt auch, ja. Genau, die Frage, wie gefährdet ist die amerikanische Demokratie, also muss man erstmal wissen, was ist eigentlich amerikanische Demokratie, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Und die Wahrscheinlichkeiten, in welche Richtung das so umschlägt, sind sehr unterschiedlich verteilt. Ja. Also von deinem Beobachtungspunkt aus sozusagen subnational, also man nimmt sich so die Bundesstaaten, die Städte haben ja auch recht viel gemacht, einfach zu entscheiden, wie sie es so machen. Sehr viele Wahlämter, unfassbar viele Wahlämter, zehntausende Wahlen, die da jedes Jahr stattfinden. Da könnte man ja auch vermuten, dass jetzt gerade, indem so eine Autokratie von oben installiert wird, von unten die Gegenbewegung kommt, aber man sieht sie einfach gar nicht. Nee, man sieht sie in der Form nicht. Ich glaube, es ist die Frage, ob sie noch kommen wird, also weil die Debatte ist ja da, die Debatte ist da seit 2016 Donald Trump, in ihren größten Ausführungen ist es dann eben, was ist, wenn Kalifornien sich unabhängig macht oder so. Zum Beispiel, genau. Und ich glaube, dass man das noch nicht so stark in dieser Form merkt, hat auch etwas mit dem amerikanischen System zu tun, mit dem Föderalismus, weil man dort eben sehr gut sehen kann, naja, das, was jetzt zum Beispiel auch Donald Trump als erstes auf seine Agenda gesetzt hat, das, was er da ankündigt, wir gehen in die Universitäten rein und wir drücken irgendwie eine neue Bildungsgesetzlage durch und all solche Sachen. Das ist ja etwas, das in der Form vor allem republikanische Staaten treffen wird, weil die das halt eben so durchsetzen, weil von denen das ja auch kommt, die setzen das durch. Das heißt aber nicht, dass es die demokratischen Staaten in der Form trifft. Oder halt genau das Gegenteil, dass die Demokraten jetzt gerade, also es gibt ja sehr viel Binnenmigration in Amerika, so wie in Deutschland ja auch, Leute ziehen irgendwie von NRW nach Bayern und stellen fest, wie groß die Unterschiede sind oder sie ziehen ganz bewusst noch so 10 Kilometer weiter, damit das Kind in so einem anderen Schulbezirk ist oder wie auch immer. Genau, genau. Und das kann man natürlich versuchen, die Republikaner zielgerichtet anzuwenden, um die roten Staaten rot zu halten und um halt eben dort den Bevölkerungsaustausch in Anführungsstrichen halt zu haben, der für sie gut ist. Florida ist ja da ein gutes Beispiel, weil das hat sich einfach so als das Paradies der Konservativen halt so etabliert. Man hat da viele sehr konservative... Über die Alten übrigens. Ja, und dann eben die Alten, genau. Weil die Alten halt, die alten konservativen Amerikaner, die ziehen ins schöne Florida, da ist schön warm, das ist gut bei der Arthritis und solche Sachen, da lässt man sich dann halt irgendwie nieder und das macht diesen Staat halt immer röter irgendwie so. Das ist so ein richtiger konservativer Hub, der sich da bildet. Und auf der anderen Seite halt eben dann aber das demokratische Movement in Richtung der Städte oder halt eben wieder zurück aus Texas in Richtung Kalifornien. Das ist halt jetzt die Frage, ob man das in der Form sehen wird, aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen die Idee ist, die dahinter steht und dass wir hier quasi auch sehen können, was wir schon lange sehen können, aber in extremer Form, nämlich diese Spaltung zwischen Stadt und Land, die sich halt jetzt hier eben durchsetzt und die wirklich quasi so politisch durchgestaffelt wird. Das Land, das halt eben dominiert wird von den Republikanern, die dort ihre gesellschaftliche Vorstellung haben und dann halt eben die urbanen Zentren, die eine ganz andere Vorstellung haben und es wird immer da letztendlich eng und da entsteht der Kampf, ja, wo das aufeinandertrifft, weil Georgia natürlich auch große Städte hat, die sich natürlich benachteiligt fühlen und da muss man dann fragen, was wird aus diesen großen blauen Städten, können die sich dagegen behaupten oder halt nicht, gibt es hier eine Bewegung weg dann davon halt eben in blau regierte Bundesstaaten. Ja, das muss man sich jedenfalls in Amerika besonders genau angucken, gerade als interessierter Deutscher, denn wir haben da einfach keine Sehgewohnheit für. Wir gucken jetzt nach München und sehen, ah ja, wird schon immer von der SPD regiert und das ist im Grunde die Pointe, also wer gibt es nichts zu sagen, während in Amerika dann erstmal die Entfaltung losgeht, was bedeutet das eigentlich, wenn jetzt Trump auch die Sanctuary City Status und so weiter da angreift? Dann habe ich das ja auch als Thema gemacht, weil es halt immer, weil diese Gleichsetzung von in den USA sehen wir das und deshalb wird das jetzt in Deutschland so und so halt nicht funktioniert, wenn man halt so unterschiedliche politische Systeme hat, es ist einfach was komplett anderes, also das politische System der USA ist so special im Verhältnis zu unseren, wenn es darum geht, wie besetzt wird, wenn es darum geht, wie Institutionen funktionieren, wie Gesetze durchgesetzt werden und so und auch was halt eben diesen besonderen Minderheitenstatus anbelangt, den halt eben dort bestimmte Bundesstaaten haben und so weiter. Genau, das ist nämlich alles wahnsinnig interessant, während wir jetzt in Deutschland immer nur hören Trump, 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 kriegen wir aus Amerika selbst Nachrichten, also gerade die New York Times ist ja da, finde ich, ganz vorn dran, wobei es gab jetzt diesen einen interessanten Nachrichtentag, dass das Wall Street Journal mit seinem täglichen Podcast und die New York Times mit The Daily dasselbe Thema behandelt haben, nämlich die Abtreibungsrechte, weil Trump gewählt wurde und nicht Harris, aber in allen Bundesstaaten, wo auch die Bürger gefragt werden wurden, ob der Schutz für Abtreibungsrechte, also der Schutz der Frau für ihre selbstbestimmten Abtreibungsrechte in die Verfassung aufgenommen wird, gab es durch die Bank, trotz dieser roten Wende, alle Swing States gehen zu Trump, aber in allen Bundesstaaten gibt es dafür eine Mehrheit, sie wurden trotzdem nicht überall in die Verfassung geschrieben, weil Florida zum Beispiel sagt, wir brauchen hier eine 60-prozentige Bevölkerungsmehrheit und die hatten aber nur 52, 52 ist halt trotzdem eine sozusagen inhaltliche Mehrheit, die Mehrheit der Bevölkerung denkt so und wünscht sich das auch so und man braucht halt formal 60, aber das ist eine floridane Ausnahme, alle anderen Staaten haben komplett diesen Stift gemacht, was eben bedeutet, zum einen, die Amerikaner, klar, das wird dann auch politisch so gespielt im Wahlkampf, also Trump hat immer gesagt, ich überlasse es den Staaten, also wenn es da in die Verfassung reingeschrieben wird, dann rede ich da nie wieder drüber und das war eben der einzige Spruch, den er gemacht hat, was bedeutet, dass sehr viele Überzeugungstäter, also die nicht nur wie Trump an die Macht streben, sondern die so aus Überzeugung Republikaner sind und dann sozusagen reinregieren wollen in die Familien der anderen, die haben wir zu den Kürzeren gezogen, aber man hat es eben nicht so richtig gesehen in der großen Nachrichtenlage, sondern das musste eben dann so fünf Tage später in diesen beiden Podcasts behandelt werden, das ist das eine, also dass sich da Frauen nicht nur durchsetzen, sondern dass es auch Bewegung in diesen roten Staaten gibt, im Vorfeld überhaupt das anzustrengen, dass das dann zur Wahl steht, also das sind ja auch formale Vorbereitungsprozesse, da gibt es also Leute, die sich in diesen roten Staaten dafür engagieren, dass das dann auch zur Abstimmung steht und ausformuliert ist und so weiter. Und das zweite, auch eine, ich glaube, das war Band of the Run-Up oder so, wo nochmal verglichen wurde, dass damals als Florida noch, oh, vielleicht geht es doch an El Gore und es dauert alles ewig, es ist 50-50, die ist ja auch nicht lange her, 25 Jahre, 24 Jahre. So, und heute haben wir dieses krass rote Florida. Also dieser große rote Schiff auf Bundesstaatenebene, der wird konterkariert sozusagen von einem krassen blauen Schiff der urbanen Zentren. Alle, alle Großstädte in Amerika sind von den Demokraten regiert und zwar auch dauerhaft. Also dieses, die Demokraten ziehen sich aus den ländlichen Regionen zurück und haben schon gar keine Kandidaten mehr, geschweige denn Ansprechpartner für irgendwas oder so. Das ist wirklich, das ist das Land und die Städte sind alle blau. Und zwar perspektivisch für immer. Also das, was J.D. Wenz da immer in den Masken befürchten, oh, das ist die letzte Wahl, danach sind alle Zwingstates blau und so weiter. Auf dieser urbanen Zentren, also da, wo die Universitäten stehen, da, wo die Flüchtlinge ankommen am Ende und den Laden am Laufen halten, weil einfach die Hälfte der ganzen, sagen wir mal, niederen Dienstleistungsbranche ist da irgendwie über illegalen Flüchtlingsstatus aufrechterhalten. Das wird alles schon blau regiert und deswegen erwarte ich jetzt gar nicht so groß, dass Kalifornien irgendwie einen Mega-Move macht, sondern die Städte selbst werden so mit Hilfe ihrer Staaten, aber die Städte selbst werden jetzt so große Kontrapunkte. Definitiv und sie sind ja auch, also sie haben auch eine unglaubliche Macht, weil die wirtschaftlichen Zentren der USA sind um diese urbanen Zentren. Die liegen halt eben nicht im mittleren Westen irgendwo im Nirgendwo, wo man halt, wo es halt irgendwie um Weizen geht oder so und Mais, sondern das ist auch eine wahnsinnige Kraft, die die natürlich haben. Die haben das wirtschaftliche Niveau der USA halten diese urbanen Zentren oder zumindest die Umgebung. Das sieht man ja in den ganzen Tech-Bereichen Kalifornien auch. Es geht ja dann eben auch darum, wie zieht man Menschen an, um dann halt eben wirtschaftlich aktiv zu werden. Und das hat eben auch viel mit Lebensstandards zu tun, es hat viel mit Infrastruktur zu tun, mit dem Ausbau von Schulen. Man möchte sich sicher fühlen in seinem Zug. Also das sind alles Faktoren und die haben die Demokraten letztendlich auf ihrer Seite und auch langfristig auf ihrer Seite. Und ich glaube auch, dass man, und das sieht man ja schon, also Abtreibung ist ein gutes Thema, wie sich da eben auch dann auf so einer unterschwelligen Bewegung letztendlich ein großes Movement zusammenfindet und das dann eben auch durchpresst. Und auf der anderen Seite sieht man auch, ja, die USA sind gespalten, aber die US-Amerikaner sind auch nicht so dumm, wie man vielleicht denkt. Ja, das überprüfen wir gleich. Ja, aber Fehler von den Demokraten war es ja so ein bisschen anzunehmen, dass sie quasi nicht in der Lage sind, ihr Ticket zu splitten. Dass du halt eben, wenn du für Abtreibungsrechte bist, dann eben zwangsläufig eben Harris wählen musst, so nach dem Motto. Ja, genau. Und da wurden sie halt nicht vorgeführt. Das war eben nicht der Fall. Wenn du jetzt sagst, die sind gar nicht so dumm, wie man glaubt, muss man sagen, die Wähler vielleicht nicht, aber die Politiker und Wahlkämpfer schon. Ja, genau. Es geht jetzt nur um die BürgerInnen. Wir sehen ja gleich, wer da ans Kabinett kommt, ja. Aber zumindest die BürgerInnen. Das ist auf jeden Fall interessant, weil es ja dafür spricht, dass es halt eben doch auch irgendwie untergeordnete Werte gibt. Die haben eine Bedeutung, aber die spielen nicht in der Art und Weise auf einem Präsidentschaftswahlkampf. Sondern die sind so grundsätzlich in ihrer Art und Weise, dass sie davon getrennt werden, weil man eben nicht befürchtet, dass die Demokratie halt eben so weit ausgehöhlt wird von Donald Trump, dass man dann eben darauf keinen Zugriff mehr hat. Die Frage, wie weit vertraut man seinen eigenen Checks und Balances. Und wir sehen das ja jetzt auch mit Blick auf die Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich mit Trump um? Das haben ja jetzt auch einige vor Tagen schon getwittert, ich ja auch. Also es ist ja irgendwie seltsam. Man kämpft um die Demokratie, man sagt, es ist die letzte Chance für die Demokratie. Dann kommt Donald Trump und ist für immer vorbei und jetzt sitzen Donald Trump und Biden da irgendwie zusammen, schütteln sich die Hände und es ist alles wie immer. Also da merkt man ja auch, irgendwie so richtig passt es nicht so ganz zusammen. Also glauben die Demokraten das jetzt selber? Ist die Angst berechtigt oder nicht? Und ab welchem Punkt muss man das dann eigentlich sagen, dass es berechtigt ist? Und wo muss man eigentlich aufhören mit der politischen Kultur und dann tatsächlich in so einen Kampf um die Demokratie einsteigen? Und was ist dann halt eben im Nachhinein vielleicht nur Wahlkampfgeplänke, weil man sich nicht traut? Ja, und es kann ja auch falsch sein, dass man sich nicht traut, aber who knows? Mehrere Beobachtungsparadigmen für ein Beobachtungsmodi für die nächsten Jahre mal zusammenbauen, ist natürlich alles Work and Brokers und so. Aber das, was wir bis jetzt ja schon besprochen haben, also ein urbanes Zentrum ist so und das Land ist so und relativ viele Leute leben aber allein wegen der Mietpreise und so auf dem Land und denken dann also rot, fahren aber morgens in die Stadt, da ist alles blau, dann bauen sie so ein, oh ich stehe ja immer so im Stau, das ist doch scheiße und so und dann wählen sie irgendwie rot, weil sie sich zu Hause am wohlsten fühlen und zu Hause ist aber rot und auf der Arbeit ist blau und so weiter. Ja. Also tatsächlich irgendwo auf dem Land, in irgendeiner Stadt, die nicht so bedeutend ist oder in so einem kulturellen Zentrum oder wie auch immer. Also wenn man in Sichtweite Hollywoods lebt, fühlt man sich so ein bisschen Hollywood und wenn man in Manhattan lebt, ist man halt so ein bisschen cool. Und wenn man in Texas auf dem Land lebt, dann reitet man halt im Hobby reiten und so. Von daher würde ich sagen, da wir ja eh immer unterstellen, dass Trump sozusagen nur wahrnimmt, was im sichtbaren Bereich ist, wird dieser Widersatz Amerika sehr, sehr krass prägen, obwohl er das Land nicht widerspiegelt. Eigentlich ist Amerika so ein bisschen wie Steffen Mau das beschreibt. Und Leute haben halt so Meinung und manchmal denken sie zu 52 Prozent so und manchmal nur zu 48 Prozent. Und es wird ja erst in der politischen Mathematik sozusagen zu entweder oder hochgejazzt. Aber eigentlich ist es so, wäre schon cool, wenn die Eier ein bisschen billiger wären. Aber deswegen muss jetzt nicht gleich die Revolution ausbrechen. Aber gut, aufsummiert ist es dann halt die Revolution. Und jetzt gucken wir uns mal an, wer in Amerika demnächst in diesem superblauen Washington D.C., der blauesten Region, die Amerika überhaupt zu bieten hat. Vielleicht ab von so einer Straße, wo die ganzen Hollywood-Schauspieler leben oder so. Und da ziehen jetzt diese neun Leute ein. Wir gehen die Liste weit durch. Also alles, was an... Einen haben wir ohne Clip, den müssen wir so besprechen. Aber alle neuen Personalien, die bis jetzt so bekannt sind. Zum einen dieser Homans, der neue Border-Sar. Der designierte US-Präsident Trump hat weitere Personalentscheidungen für seine zweite Amtszeit bekannt gegeben. So soll der Hardliner Tom Homan die geplante Massenabschiebung von irregulär eingewanderten Ausländern organisieren. Der frühere Leiter der Grenzschutzbehörde ICE gilt als Verfechter der Entscheidung, Kinder von illegal Eingewanderten von ihren Eltern zu trennen. So, soweit im Heute-Journal. Man hat nur Bilder von ihm gezeigt. In den Tagesthemen hört man ihn auch nochmal kurz. Hardliner Tom Homan soll künftig für die Sicherung der Grenze zu Mexiko zuständig sein und die von Trump angekündigte Abschiebung von Millionen Migranten. Seine Rhetorik nicht weniger scharf als die des künftigen Präsidenten. Als jemand, der 34 Jahre lang illegale Einwanderer abgeschoben hat, habe ich eine Botschaft. Fang besser, sofort an zu packen. So, ich stelle mir das so ein bisschen so vor. Der Typ kommt in sein Ministerium und sagt... Also, ich habe gerade drei Migranten gesehen, die hatten keinen Koffer in der Hand. Und dann wendet er sich zu seinen Mitarbeitern und sagt, entweder die packen ihren Koffer oder du. Und das ist quasi die Schöpfungshöhe seiner administrativen Fähigkeiten. Der Typ würde niemals sich an den Computer setzen, niemals irgendwen begleiten, niemals sich irgendwas anhören wollen, was da vor Ort los ist oder so. Sondern der macht einfach nur eine Ansage. Und das war's. Ja. Davon gibt es jetzt, glaube ich, ein paar, die einfach nur eine Ansage machen. Also, wo auch letztendlich kein bürokratisches Know-how dahinter ist. Genau. Also, wirklich null. Die halt ganz voll und ganz darauf setzen, dass sie halt der Chef der Behörde sind und dann halt eben auch, dass dementsprechend zugearbeitet wird. Genau. Also, nicht nur kein Know-how, sondern auch kein Interesse für die Details. Nö. Die typischen Aktenfresser, die sich dann irgendwie, ach so, ach ja, dann sollten wir mal hier und so. Dann wird irgendwie eine Strategie entworfen. Nein, das ist reine Zielprogrammierung. Da kommt der Chef morgens reingeflogen, wie so ein heroischer Manager und macht einfach eine Ansage. Und er weiß ja, ich habe den Oberchef hinter mir im Rücken und muss ihm aber gleichzeitig auch den Rücken stärken. Also, ihr kommt einfach auf Resultate an, egal wie. Das ist natürlich auf der einen Seite super gefährlich, aber auf der anderen Seite wissen wir, so eine Behörde, selbst wenn sie die Ziele erreichen will, kann nur in Informalitäten, Illegalitäten und direkte Lügen dem Chef gegenüber. Ja, ja, ist erledigt. Ach nee, doch nicht. Doch, ist erledigt. Das finde ich nämlich auch sehr interessant, weil ich glaube auch, dass ich das so ein, also das sehe ich auch so ein bisschen, dass ich das durchsetzen könnte. Und jetzt gar nicht in dem Sinne von, weil die Behördenmitarbeiter da jetzt irgendwie moralisch irgendwie anständiger sind. Ja, aber man kann das ja vielleicht aus dem Persönlichen oder aus dem Job, ja, wenn dein Chef dir einfach immer nur sagt, was du zu tun und zu lassen hast und du sagst dem, naja, aber ich habe nicht die Zeit. Wir müssen irgendwie mal über die Strukturen reden oder das macht keinen Sinn, die Arbeit, die wir hier machen. Dann müssen wir umstrukturieren. Dein Chef sagt immer nur so, mach es möglich. Dann wirst du anfangen, Wege drum herumzufinden. Ja, also dann wirst du anfangen zu simulieren. Dann wirst du schauen, was du vielleicht auch ein bisschen anders machen kannst, als der Chef es sagt. Wege drum herum heißt übrigens auch Wege um den Chef. Ja, genau. Also die ganz wichtigen Dienstreisen der ganz wichtigen Leute finden quasi statt, wenn der Chef im Haus ist. Ja, und ich glaube, man, jetzt in so einer bisschen, in so einer bisschen Verklärung des Begriffs, ja, aber ich glaube, man produziert damit letztendlich eigentlich erst so ein bisschen den Deep State, vor dem man ja eigentlich Angst hat. Nämlich, dass Behörden halt unter sich, ja, in den kleineren Bereichen dann halt Sachen ausmauschen. Und dann kommt halt von oben halt irgendwie das Signal, mach das und das. Und in den unteren Bereichen weiß man schon, das müssen wir machen, um ihn zufriedenzustellen. Schickt mal da und die und die Akte dahin, dass wir so und so viele Leute abgeschoben haben. Aber so müssen wir es halt managen, weil wir müssen ja eigentlich auch noch mit den Bundesstaaten darüber verhandeln. Wir können jetzt nicht in Kalifornien einreiten, jetzt irgendwie mit der Nationalgarde und da jetzt irgendwie Migranten rausziehen oder so. Und man fängt dann an so zu basteln, ja. Genau. Weil es halt eben letztendlich keine administrative Einsicht gibt, dann in so ein System auch wirklich umzustellen. Also ich glaube, es wird jetzt nicht der Moment kommen, wo jetzt quasi hier, auch wie es dann so Ramaswani und Elon Musk auch schon vorhaben. Ja, wir schmeißen irgendwie jeden zweiten Beamten hier aus den Behörden raus und so. Ja, nach welchen Maßstäben denn? Das ist ja eine wahnsinnige Arbeit. Da muss man sich ja wirklich hinsetzen und dann halt eben Dinge aufschreiben. Ja, da müssen Konzepte erarbeitet werden und so. Und dafür sind sie ja, glaube ich, in vielen Fällen zu faul. Sondern sie denken, dass sie das halt von oben nach unten durchdrücken können. Und da muss man sagen, so funktionieren aber Behörden nicht. Du musst deine Mitarbeiter irgendwie mitnehmen. Du musst sie davon überzeugen und du musst am Ende auch ein Konzept haben, was funktioniert. Ja, also solche Behörden funktionieren schon seit, sagen wir mal, seit der Kaiserzeit. Sagen wir mal, seit der Moderne. Nicht mehr so, dass man die von oben nach unten, sondern da hat ja Niklas Luhmann die Soziologie zu gemacht. Da finden Unterwachungen statt. Da werden Beschlussvorlagen so ausgearbeitet. Da wird mit Eile gearbeitet, wie auch immer. Hier denke ich aber auch noch, der Homans, man sieht ihn schon auf der Bühne und er ist einfach ein harter Hund. Und zwar nicht... Oder sagen wir so, er ist in diese harte Hund-Sache reingerutscht. Also irgendwann ist er erwachsen geworden, das Körpermaß kam, auch die Körperfülle. Und dann hat er gemerkt, was für sich und zwar in seinem Leben allgemein das Erfolgsrezept ist. Nämlich dieser harte Hund. Das Problem ist, er ist nicht der oberste harte Hund, sondern er wird ja nochmal zielprogrammiert von weiter oben. Ja. Von Trump. Und bei Trump wissen wir, der hat nun sehr viele Aufgaben. Also der steht ja sozusagen jedem Minister vor. Er kann also völlig legitim ein harter Hund sein, indem er einfach dem Homans sagt, komm mal morgen in mein Büro. Und schon für, worüber wollen sie denn mit mir reden, hat Trump keine Zeit. Also Homans weiß dann einfach zwei Tage nicht, worum es geht. Was ihn schon mal inhaltlich so diszipliniert. Stellt sich oft das Schlimmste ein. Dann hat er diesen Termin mit Trump. Der dauert zehn Minuten, weil dann tausend Leute reinkommen und sagen, Trump, Sie haben Ihren nächsten Termin und so weiter. Also der Homans ist sozusagen seinem eigenen Habitus ausgeliefert. Und er kann nichts, also da gibt es gar keine kognitive Strategie dagegen, denn Trump hat da immer recht. Also Trump wird immer in Eile sein, wenn er mit ihm kommuniziert und zwar immer zu Recht. Trump wird ihm immer nur so unspezifisch sagen, was die Ziele und die Wege dahin sind, weil das ist ja dann seine Aufgabe, das umzusetzen. Und gleichzeitig ist er aber auch so ein Typ, der lieber in der Trump-Rolle wäre, aber er ist es halt nur in seiner Behörde und nicht, ja, also da wird einfach Druck von oben nach unten weitergegeben, was zu, und da wird es eben jetzt brenzlig, sehr schrägen Konsequenzen führen kann. Ich sag mal schräg im Sinne von wirklich sehr gefährlich, denn am Ende werden da einfach Busse geordert, die zu irgendeinem Feld fahren und dort die Pflücker einsammeln, damit in der Statistik gesagt werden kann, wir haben heute 150 Leute abgeschoben. So, das sind aber die ultimativen Preistreiber. Ja, also wir können davon ausgehen, wenn Leute illegal auf einem Feld beschäftigt sind, dann haben sich sehr viele Menschen sehr viel Mühe gegeben, damit das erstens geschieht, zweitens zu einem spezifischen Preis und drittens, damit es nicht gesehen wird. So, und wenn das plötzlich aufgestört wird, also wenn diese, ich will jetzt nicht sagen die illegalen Verhältnisse, weil Amerika tut sehr viel dafür, dass das eher so grau als schwarze Arbeit ist und so. So, ich hab eigentlich immer wieder weggeguckt. So, wenn diese Gefüge, also wo es sozusagen keine Formalia, keine juristischen, juristischen, weil es ist ja einfach alles illegal, wenn das aufgestört wird oder zerstört, dann kann man das nicht einfach so wieder nachbauen. Also es ist nicht einfach so wie, ah, es ist Corona, dann fahren wir mal eine Behörde runter, alle bleiben zu Hause und dann fahren wir das wieder hoch oder so, sondern das ist wie in einer deutschen Bauwirtschaft, wenn diese Menschen, die kein Deutsch können, die hier keine Familie haben und die auch nicht genau wissen, in welcher Stadt sie hier eigentlich sind, wenn man denen sagt, ja, du bist jetzt gekündigt, dann sind die einfach weg. Die kommen dann nicht einfach wieder, weil irgendwie in der Statistik nachgesehen wurde, ach so, dann kosten die Eier doppelt so viel, ja, wenn keiner die aus dem Hühnerstall holt, naja, das ist natürlich blöd. Also wenn man das zu spät sieht, was da passiert, kann es wirklich sehr brenzlig werden für, nicht nur für Trump, sondern für dieses Gesamtgefüge. Wir haben ja nun gemerkt, ich würde auch sagen, also ich finde nicht, dass diese ökonomischen Argumentationen die allerwichtigsten sind, aber dass sie super wichtig sind, was wir ja in Deutschland auch sehen, fehlt ein bisschen Gas und zack, sofort sind alle im Stress und machen irgendwie Hamsterkäufe und so. Und Habeck will alle Heizungen austauschen. Das ist natürlich, also das bringt ganz schön viel durcheinander, glaube ich, wenn Trump und Hohmanns jetzt so, wie sie ihre politischen Ziele bislang formuliert haben, diese ganzen Behörden auch so strukturieren oder wollen. Ja, genau so strukturieren wollen und dann funktioniert es halt nicht so ganz, weil man halt eigentlich an die Struktur nicht so richtig hin will und ich glaube, dann ist halt die ganz große Gefahr, dass man halt zu so einem schikanierenden Staat wird, der eigentlich auf so einer bescheuerten Willkür basiert, wie du auch schon sagst. Sondern man sieht halt eben, ah ja, da sind 100 Leute auf dem Feld, die sammeln wir ein und schicken nach Hause. Genauso wie man dann halt eben sagt, wir müssen irgendwie stärkere Border Security haben, damit nicht so viele Geflüchtete hinkommen. Man könnte ja auch sagen, naja, wenn du dieses System eigentlich wieder vom Kopf auf die Füße stellen musst, dann musst du ja eigentlich dir darüber Gedanken machen, wie verhindert man denn, dass so viele Menschen in die USA kommen, wenn es dir jetzt wirklich darum gehen würde. Also dann bist du zwangsläufig ja auch in einem außenpolitischen Diskurs drin, dann musst du dir halt irgendwie deine Nachbarstaaten und so weiter anschauen. Das wird aber nicht passieren, sondern was man dann halt machen wird, man wird irgendwelche Border Security Einheiten neu aufstellen. Die stattet man dann auch wieder aus mit militärischem Gerät und so und dann macht man schöne Aufnahmen davon, wie die die Grenze hoch und runter fahren und dann halt irgendwelche Migranten verprügeln und dann kann man das senden und sagen, ah guck mal, wie hart wir durchgehen. Ja, dass 300 Kilometer weiter in der Zeit als 200.000 Leute irgendwie über die Grenze kommen, ist dann in dem Moment auch egal. Es begünstigt halt irgendwie diesen bescheuerten Willkühlstaat, diesen Schikanestaat an allen Ebenen. Man hat es ja bei anderen Gesetzeslagen auch schon über die Jahre gesehen. Ein bestes Beispiel dafür war immer die Cannabis-Liga. Da waren die Republikaner auch ganz stark dagegen. Sie konnten nichts wirklich dagegen tun, dass halt Bundesstaaten wie Kalifornien das ermöglicht haben. Was haben sie also gemacht? Naja, sie haben Bundeseinheiten wahllos nach Kalifornien geschickt, damit die irgendwelche Drohnenkonsumenten da einsammeln oder halt irgendwelche random Apotheken schließen oder so. Es hat nichts groß verändert, aber es war halt so ein Schikane-Modell. Also es hat eben die Bilder produziert, die man produzieren wollte. Es hat Willkür geschaffen. Es hat irgendwie simuliert, dass man ein starker Staat ist, aber an sich hat es strukturell nicht wirklich viel verändert. Ja, also hier kann man schnell übersehen, um wie viel Klientel es geht, zig Millionen Menschen und wie sehr das auch von so Stimmungen abhängt. Also dieser Niedriglohnsektor in Amerika lebt sehr davon, dass die Leute sich relativ sicher waren, mir passiert hier nichts. Auch Elon Musk kam als illegaler Einwanderer und hat dann irgendwann mal, als die Fundings losgingen, da erklären müssen, wie das jetzt ist mit seinem Status und dann so, gut, okay, ich gehe mal zur Behörde irgendwie. Ja, dann wird das so im Nachhinein gemacht. Wenn das nicht mehr so funktioniert, ist natürlich relativ zügig dann doch zappenduster so in bestimmten Wirtschaftsbereichen. Nächste Personalie, Susie Wiles, wird Chief of Staff. Das ist natürlich die, sagen wir mal, wichtigste Rolle. Sie wird die wichtigste Person neben dem Präsidenten im Weißen Haus, Stabschefin Susie Wiles. Trumps langjährige Wahlkampfmanagerin ist die erste Frau in dieser Position. Sie gilt als stille, aber mächtige Netzwerkerin. Über ihre politischen Ansichten weiß man wenig. Im Idealfall wollen Sie jemanden, der Sie kennt, ist, versteht, der Ihnen gute Ratschläge geben kann, der aber auch gut umsetzen kann, der die Anweisungen ausführen kann. Und sie scheint diese Art von Person zu sein. Ja, ich will es mal so sagen. Also jetzt nur Argumentation abgekürzt. Die ist eigentlich aufwendiger, aber wie auch immer. Diese Wiles ist in einem Alter, das uns sagt, als sie in diesem Beruf startete, wehde der Wind einfach anders. Also da musste man sich als Frau erstmal so ein bisschen in einen Mann verwandeln, relativ viel mit Hosenanzügen rumrennen und die Frisur musste richtig sitzen. Dann hat man sich da durchgesetzt, was bedeutet, dass diese Frauen nicht einfach nur so ein bisschen Manager-Männer wurden, sondern Manager-Männer im Quadrat. Also richtig hart. Bei der Wiles kann ich mir gut vorstellen, dass alle Angst vor ihr haben, die für sie arbeiten. Ja. Also da ist man einfach froh, wenn es heißt, sie ist auf Dienstreise und das Büro atmet mal so ein bisschen durch. Und sie kann das halt zurecht, weil sie diesen Wahlkampf gemanagt hat. Das ist wie damals bei Ryan Sprebus, der ja in der ersten Präsidentschaft auch direkt Wahlkampf-Chefmanager und dann Chief of Staff. Hat nicht lange gehalten. Und er war auch ein anderes Kaliber, aber hier mit der Wiles bin mir nicht so sicher. Sicherlich sehr gut, um mit dem Kongress zu arbeiten. Trump hat zwar eine Mehrheit im Kongress, weil die Republikaner dort eine Mehrheit haben, aber ob er sich mit denen nicht relativ zügig versaut, ist auch nochmal zu fragen. Also wir sehen ja jetzt, wie er rekrutiert hat, dass Matt Gaetz aus der ganzen Riege an Republikanern im Kongress... Ausgerechnet Matt Gaetz. Ja, ich meine... Das ist natürlich ein Zeichen für alle. Ich meine, da sind so viele Variablen dran, weil wir ja auch schon aus der letzten Präsidentschaft wissen, das kann halt auch für die Personen, selbst wenn sie in dieses Abend kommen, auch schnell vorbei sein. Also auch das haben wir ja im Hinterkopf. Es kann sein, dass es zwei, drei Monate dauert, da werden die ersten ausgetauscht. Einfach weil man auf persönlicher Ebene, die gehen ihm einfach auf den Sack, ja. Ja, das wird einfach ein Higher and Fire noch mehr als in der ersten Präsidentschaft. Ja, genau. Das glaube ich auch. Da kam ja auch ein Sicherheitsberater nach dem anderen und Chief of Staff wurde ja auch ewig lange hin und her zwischen diesen ganzen Militärs ausgetauscht. Das ist ja absurd. Okay, also über die Weils wissen wir aber wenig. Sie war bisher im Hintergrund und wir werden, glaube ich, von ihr auch kaum was sehen. Wenn Sie sehr viel sehen, werden wir von einem, der die große Bühne kennt. Künftiger Verteidigungsminister soll Pete Hexeth werden, ein Fox-Moderator, der zuvor in Afghanistan und Irak gedient hat und wie Trump ein lockeres Mundwerk hat. Der dümmste Satz der Welt ist, unsere Vielfalt ist unsere Stärke. Jeder General, der bei der Förderung von Minderheiten diesem woken Scheiß dabei war, muss weg. Er wird, glaube ich, als erstes wieder gehen. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Warum wird er als erstes gehen? Also, der Typ hat null Erfahrung mit irgendwas. Nö, null Erfahrung. Er war im Militär, also als Fußsoldat, so sage ich mal, also sozusagen Befehlsempfänger. Er hat also nur eine grobe Vorstellung davon, wie eine Planung aussieht, bevor dann der Befehl sichtbar wird, aus der er gerinnt. Und dann ist er Median-Star geworden, was nochmal umso mehr bedeutet, dass da formal ja nicht zählt, sondern einfach nur die Frage, gefällt dem Publikum das, ja oder nein? Und wenn das dem Publikum gefällt, kann man sich formal alles erlauben. Also, dann spielt es einfach keine Rolle. So, und er steht jetzt dem amerikanischen Militär vor. Human hat mir das im Büro nochmal vorgerechnet. Dieser 800 Milliarden Budget, die da jedes Jahr verbraten werden, die Personalstärke, machen das amerikanische Militär zur größten Organisation der Welt. Das ist einfach die größte einheitliche Organisation der Welt. So. Und die erste Idee, die wir hier von ihm hören, ist bloß keine Vielfalt. Ich meine, bei einem Drei-Mann-Unternehmen keine Vielfalt, okay. Bei einem Vier-Leute-Panel keine Vielfalt, ja. So. Das kann man organisieren. Aber wie will man bitte das amerikanische Militär auf, aber jetzt keine Vielfalt mehr. Das amerikanische Militär hat dann doch ja irgendwie diese Generals, die wie Mark Milley da sitzen und sagen, natürlich lese ich Marx, ich will ja wissen, was da los ist. So. Und jetzt kommt so einer und steht diesem Laden vor, der einfach so eine einheitliche Linie durch hunderttausende Leute und hunderte Milliarden Budget prügeln möchte. Also so als, er kann es ja nicht durchprügeln, aber so als zentrale Idee, ja. Das ist so seine Gestaltung von, während wir doch genau wissen, das amerikanische Militär ist quasi fast mit allem überfordert. Zwar mit Afghanistan überfordert, zwar im Irak überfordert. Da konnte man so brute force mäßig irgendwie reingehen, aber dann war dann doch relativ schnell die Losung, puh, also zum Glück ist das jetzt nicht schief gegangen mit Pakistan. Wenn da noch was passiert wäre, dann wäre es schon ganz cool gewesen, so ein paar zivile Kontakte, ein paar universitär Ausgebildete, die auch mal die Sprache sprechen oder was auch immer. Und dafür ist er genau der falsche Typ. Ja. Also ich bin genau der falsche Typ. Man kann das ja auch in Filmen darüber, über Afghanistan und so inzwischen nachschauen. Wie sieht die militärische Arbeit vor Ort aus? Naja, es ist eigentlich konstante Kommunikation. Also ein Bruchteil davon ist tatsächlich das Kämpfen. Klar, du fährst dann da durch die Gegend, du stellst Checkpoints auf und Co. Aber ansonsten ist das Kommunikation, 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 ja, mit den Taliban, mit irgendwelchen Dörfern. Du versuchst da auch auf einem guten Fuß mit denen zu sein, ja. Also auch das hat man ja gelernt, ja. Man versucht halt, wenn man dort State Building betreibt, dann so wie man sich das vorstellt in Afghanistan, dann ist es eben dort mit den Menschen in Kontakt zu kommen, sich mit denen darüber auszutauschen, ja. Was muss hier getan werden und gemacht werden? Das ist auch ganz viel dann auch die Wünsche zu erfüllen, ja. Was können wir für euch tun, damit ihr uns akzeptiert, obwohl wir Besetzer in eurem Land sind, ne. Weil sonst sieht es dann halt eben, das Ergebnis kann man ja sehen, das funktioniert ja auch nicht immer, ne. Man wird da dann eben doch rausgeschmissen und auf den einen Tag, auf den anderen ist es dann halt alles wieder ganz anders. Aber das ist eine der zentralen Aufgaben dort und dafür ist er natürlich völlig ungeeignet. Und ich glaube auch, dass die Wahrnehmung im Militär auch wieder, ne, weg von der Idee von, dass jetzt die Generäle da moralisch anders drauf wären als er, auch so ist, naja, hier kommt halt letztendlich ein Gefreiter, ja, aus der untersten militärischen Position, ist jetzt auf einmal mein Chef und ich selber bin General, hab mich hier von unten nach ganz oben gearbeitet. Ja, auch von diesen Strukturen schon, die da im Denken drin sind, ne. Also wer ist hier eigentlich der Befähigte, der Kompetente an der Stelle, wer hat hier eigentlich die Arbeit geleistet, um das dann auch durchsetzen zu können, was er durchsetzen darf, ja. Ja, überleg dir mal die Mühsal. Ich hab letztens wieder so TikTok-Videos gesehen, wie sie da am Arlington-Soldatenfriedhof so eine Staffelübergabe in der Wache machen und so. Da wird jede Bewegung des großen Zehs präzise geübt. Jahrelanges Training, alles Mögliche, so. Also du hast ganz viele Leute, die sich richtig reinknien müssen, um dann irgendwann mal das Flugzeug zu fliegen oder in dieser oder jenen Kampfeinheit zu sein, wie auch immer, es ist alles viel Arbeit. Und dann weißt du, die Ansagen von oben kommen von jemandem, der einfach nur Trump im Fernsehen gefallen hat. Ja. Na ja, was macht das mit dir? Genau, was macht das mit dir als Militär? Also mehr Zynismus gegen die eigene Führung kann man doch gar nicht aufbauen, ja. Nö. Es ist doch völlig crazy. In einem System, in dem alles auf Disziplin basiert, ne. Das nur funktioniert, weil da die Disziplin drin ist. Das ist das allererste. Wie schaffst du es, ein effektives Militär aufzubauen? Das ist Disziplin. Es geht nur um Disziplin. Dass Befehlsstrukturen klar sind. Und dann setzt du hier halt jemanden hin, der halt im Fernsehen sagt, was er will, ne. Und der sich ja jetzt auch mit ganz praktischen Fragen auseinandersetzen muss. Ich meine, er hat ja auch schon gesagt, ja, also eigentlich ist er dagegen, dass Frauen im Militär irgendwelche Combat-Rolls übernehmen, ne. Die sollen eigentlich nicht mehr kämpfen. Ja, viel Spaß dabei. Ja, versuch das mal von oben nach unten durchzusetzen. Also, ich halte das amerikanische Militär, wie eigentlich fast jedes Militär auf der Welt, für nicht einsatzfähig, es sei denn, sie dürfen machen, was sie wollen. Also, die israelische Armee geht nach Gaza und stößt dort auf Widerstand, der aus hier Schnipsgummis mit Steinen besteht. Jungen Männern, die noch nie irgendetwas auf der Welt gesehen haben, außer ihren Häuserzug und so weiter und so fort. Und die kommen da einfach rein, ja, und machen Brute Force sozusagen, ziehen einfach von oben nach unten einmal durch. Aber auch erst, nachdem alles einmal bombardiert wurde. Dann nehmen sie sich die Palästinenser und sagen, hier, du bist jetzt mein menschliches Schutzschild, geh mal für mich in das Haus, falls da was ist, was dich wegspringt, schade drum, so. Dann kann man von mir aus irgendwie in irgendeiner Art und Weise von einem militärischen Erfolg in irgendeine Richtung sprechen. Aber alles andere, was wir bisher gesehen haben, heißt doch, sobald eine kriegerische Auseinandersetzung beginnt, wissen alle nicht weiter. Und dann geht auch nichts in die richtige Richtung. Das war bei den großen Kriegen so, Vietnam, Korea, das ist, hier, Kosovo, ist da irgendwas befriedet? Ja, natürlich, es wird nicht mehr so geschossen wie bisher, aber jeder weiß, da droht irgendwie aus allen Richtungen alles Mögliche. Gleichzeitig, sobald da irgendwelche Truppen sind, kriegt das die Aufmerksamkeit von irgendwem. Und dann ist da Putin wieder der große Zampano, obwohl wir doch da eigentlich mit Waffengewalt die ganze Zeit waren und so. Also alles drunter und drüber. Aber sobald, also Farin Urlaub, der Ärztesänger, der hat ja mal diesen guten Spruch gemacht. Und er heißt ja aus Gründen Farin Urlaub, weil er die ganze Zeit nur auf der Welt unterwegs ist. Und er meinte, das Wichtigste, niemals eine Waffe dabei haben, weil Stahl Stahl anzieht. Und das gilt doch insbesondere für das amerikanische Militär. Die kommen da einfach hin mit Waffengewalt. Und was machen die Afghanen? Naja, Taliban halt. So, und am Ende, 20 Jahre später, haben die Taliban gewonnen. Ja, es ist immer der gleiche Effekt. Es ist immer der gleiche Effekt. Ein Militär ist eine Maschinerie, um Dinge kaputt zu machen. Es ist keine Maschinerie, um etwas aufzubauen. Und es ist nicht mal eine Maschinerie, um etwas zu erhalten. Ja, das ist ja auch die Erfahrung, die die UN in all ihren Friedensmissionen gemacht hat. Ja, selbst wenn der Auftrag noch so gut gestellt war, selbst wenn noch so viel Kompetenz da war, selbst wenn von oben bis unten durchdacht war, wie der Einsatz laufen soll. Und wenn klar war, die Zielsetzung ist, hier Kombatanten auseinanderzuhalten, kannst du nicht vermeiden, dass du, sobald du mit einem Maschinengewehr in diesem Land stehst, selbst zu einem Teil des Konflikts wirst. Ja, also es ist schon nicht möglich, nur Kombatanten voneinander zu trennen. Ja, also schon das funktioniert nicht auf der Ebene, dass du einfach sagst, wir sind nur dafür da, irgendwie Bürgerkriege zu vermeiden. Bleib mal auseinander, ja. Ab dem Moment, wo du die Waffe gegen eine dieser Seiten einsetzen musst, ja, zwangsläufig, weil sie sich sonst eben gegenseitig umbringen, bist du Teil dieses Konflikts, ja. Und dann gibt es Erzählungen, die kannst du nicht mehr kontrollieren, ne. Dass du halt eben, da wird ein marokkanisches Regiment in den Sudan geschickt von der UN, muss sich gegen christliche Milizen durchsetzen. Auf einmal denken die christlichen Milizen, naja klar, das sind ja auch alles Moslems, die hierher gekommen sind, ne. Die sind natürlich auf der Seite von den Islamisten, ja. Und so geht es dann halt eben immer weiter, ja. Und so, daran kommst du nicht vorbei. Du kannst mit einem Militär in der Form nichts aufbauen. Dafür brauchst du dann eben die ganzen zivilen Strukturen. Und eigentlich musst du die auch lösen vom Militär, ja. Das funktioniert dann eben auch nicht zusammen. Deshalb ist die UNWA eben in Israel eine komplett entmilitarisierte Gruppe, ja. Weil sie eben nur auf diese Art und Weise dort in Gaza überhaupt aktiv sein konnte, ja. Sie konnte nicht dort aktiv sein mit militärischer Gewalt. Sie konnte nichts durchdrücken, sondern sie musste sich den Strukturen dort anpassen, um zivile Arbeit leisten zu können, ja. Und darüber regen wir uns jetzt auf. Aber es ist die einzige Möglichkeit, dort zivile Arbeit leisten zu können. Weil sonst bist du zwangsläufig an dem Punkt, wo du jetzt ankommst, ne. Ab dem Punkt, wo du dafür sorgen willst, dass in den Schulen eine bestimmte Art und Weise unterrichtet wird und so, musst du dich mit der Hamas auseinandersetzen. Und dann bist du in einem militärischen Konflikt. Und dann hast du eine Lage, wie du sie jetzt auch hast, ne. Dann bist du dabei, die Hamas halt irgendwie auszurotten. Aber das hat dann mit zivile Arbeit nichts mehr zu tun. Genau. Das widerspricht aber sozusagen der Losung oder dem Gemütszustand, weshalb relativ viele Trump-Wähler Trump gewählt haben. Also da glaubt man eben noch an Brutforce mit Waffengewalt. Weshalb ich, ich mache jetzt eine ganz steile These, du musst dich ihr nicht anschließen. Aber die Hörer können es ja jetzt schon mal erfahren, bevor es dann soweit ist. Ich glaube, der Weltfrieden, der beim Kalten Krieg so alt, ja, da hinden die irgendwie die Balance und so. Ich glaube, das war einfach, also es gab einen Grund, weshalb es Weltfrieden nach Hiroshima gab. Atomwaffentests. Und ich vermute, wir kriegen die Welt nur befriedet, wenn sich Europa dafür entscheidet, wieder Atomwaffentests zu machen. Also Frankreich zieht dann wieder auf dieses Aurora-Atoll oder was auch immer und zündet dort einfach Megadingsbomben, Megatonnenbomben, um mal wieder den Ton zu setzen. Denn dieses Ganze, wir bauen jetzt die deutsche Bundeswehr von 60 auf 90 Milliarden und dann ist endlich Wolfgang Ischinger zufrieden und Sigmar Gabriel erklärt uns, jetzt ist Weltfrieden. Ist ja komplett bescheuert. Also jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, was, wie? Also wir haben dann irgendwie 7000 mehr Leute in Estland und das ist plötzlich Weltfrieden? Nein, es ist ein Atomwaffentest. Es muss einfach völlig klar sein, Europa wird nicht angegriffen. Punkt. Und nicht, weil irgendwer Waffen nach Estland geschickt hat und auch die Familien dürfen mit, weil das ist das erste dauerhafte Auslandsengagement der Bundeswehr und so. Nee, das ist völlig die falsche Erklärung. Ja, ich glaube, das ist insofern richtig, also das ist ja die große Diskussion, an der wir letztendlich, um die wir die ganze Zeit drum herum reden. Also wenn doch die größte Abschreckung, und die muss es ja nun mal sein, die allergrößte Abschreckung, die Atomwaffe ist, was sind dann 500 Panzer mehr oder weniger an irgendeiner Grenze? Ja, genau. Und diese Botschaft muss halt mal wieder in die Welt. Es gab schon lange keinen Atomwaffentest mehr. Ich fordere keine, aber ich stelle mal diesen Satz so in den Raum. Ja, also wenn diese Abschreckung nicht funktioniert, wenn diese Abschreckung nicht mehr funktioniert, wenn diese Abschreckung in irgendeiner Form infrage gestellt wird, dann ist eigentlich eh egal. Also dann kannst du noch so viele neue Kampfjets produzieren und hübsche U-Boote und die Bundeswehr ausbilden und so weiter und so fort. Das ist dann eigentlich egal, weil die konventionelle Abschreckung kann niemals so effizient sein wie die Atomabschreckung. Und wenn die nicht mehr funktioniert, ja dann Ende Gelände. Also dann sind wir in einer Zeit, wo wir sagen müssen, naja, dann funktioniert letztendlich die komplette Ordnung, die da auf dieser Abschreckung aufgebaut ist, nicht mehr. Nächste Personalie, es ist erstaunlich, aber es gibt Menschen, die sind reine Ideologie. Also wirklich reine Ideologie. Die interessieren sich für nichts, außer für ihre eigene kleine Idee. Und umso größer ihnen die Autobahn gebaut wird, mit der sie die jetzt sozusagen in die Länder bringen können, umso besser für sie. Mit Trumps Berater Stephen Miller, der stellvertretender Stabschef werden soll, zieht einer seiner Architekten der Abschiebung ins Weiße Haus. Die Botschaft eindeutig. Die kriminellen Migranten werden nach Hause gehen. Amerika gehört wieder den Amerikanern. So, Stephen Miller. Wir kennen ihn ja nun schon eine Weile. Selten so einen verbohrten Kämpfer auf der Bühne gesehen, der einem auch wirklich immer leidtut, wenn man ihn sieht. Also eigentlich ist das so ein klassischer Fall von, also sagen wir mal so, wenn die Ideologie, an der er leidet, irgendwie so Ängste wären oder sonstige kognitiv umstrukturierbare irgendwas, würde man ihm sofort eine Therapie geben. Ja. Aber er hat sich jetzt dafür entschieden und hat offenbar einen Weg gefunden. Nein, die Welt muss sich nach meiner Idee richten. Nicht ich muss mich ändern. Und das kann wirklich sehr, ich weiß auch nicht, ich kann mir das ganze Gefüge eigentlich auch gar nicht vorstellen. Er ist jetzt der Stellvertretende von der Susi Wilds. Wie? Also als Soziologe ist das wahnsinnig interessant. Man möchte jetzt eigentlich jedes Mal dabei sein, wenn die da am Tisch sitzen. Ja, und ich meine noch viel, viel, noch viel, viel stärker noch an ihm vorbei, die ganze Diskussion über die Ukraine, ne? Also was wird da jetzt miteinander ausgemauschelt, ja? Also auf der einen Seite hast du dann halt irgendwie die, denen es darum geht, Russen töten, ist das einzige Ziel, ja? Deshalb müssen wir die Ukraine vollpumpen mit Waffen. Und auf der anderen Seite hast du die, die sagen, naja, da müssen wir eigentlich raus. Was interessiert uns das, ja? Was interessiert uns Putin so? Der große Feind ist China, so dass es, ja, also das übereinanderzulegen wird richtig schwer. Ja, und ich glaube auch, wir werden so einen Behauptungskampf dann auch zwischen diesen Kandidaten ganz viel sehen, ne? Und da kann man jetzt auch sagen, vielleicht ist das sogar Teil der Zielsetzung, weil das so ein bisschen von Trump und seinem Wahnsinn dann halt irgendwie ablenkt, ja? Oder weil er zumindest immer irgendwie die Buhmänner hat, die ja nach vorne schieben können, wenn sich dann halt eben Gates und Rubio da halt irgendwie überschlagen mit irgendwelchen Fernsehauftritten, wo sie dann alle nochmal ihre Position darlegen können und so. So, darauf steuern wir ja zu, ne? Und jeder kämpft konstant darum, dass Donald Trump einen abends bei Fox News sieht und sagt so, ja, Mann, das ist mein Mann, weil der hat sich da eingesetzt. Wir sehen das ja jetzt auch schon bei den Clips, die wir von Rubio sehen, ne? Also da ist so ein kleiner Clip, wie er irgendwie vom Senat steht oder so. Und dann wird er gefragt von einer palästinensischen Demonstrantin, ja, was sagst du denn zu den 15.000 Getöteten? Und dann sagt er, pass mal auf, du, ja, schon mit dem Finger so in der Hand. Und ich meine, wenn Donald Trump das sieht, dann das ist genau sein Typ, ja, dass er sich da durchsetzt und da die kleine Frau irgendwie fertig macht und so. Und sagt so, so geht's, aber nicht alle Strukturen müssen zerschlagen werden. Und auf der anderen Ebene hast du dann den, der in den anderen Nachrichten dann sagt, also der Vokism in der Armee, der wird jetzt hier von mir ausgerottet. Und so geht es dann immer weiter, ja, und jeder versucht sich da halt irgendwie so in das Herz seines Präsidenten zu arbeiten, während man aber eigentlich konstant aneinander vorbei arbeitet, ja. Also da ist ja auch keine Kooperation dann auf der Ebene, sondern das ist Selbstdarstellung ohne Ende. Was ja jetzt zu diesem interessanten Bild führt, dass wir immer sagen, okay, es gibt so den Drehtüren-Effekt, also jemand verlässt die Politik und versilbert dann seine politischen Kontakte. Diesmal ist es so, einer aus dieser ganzen Riege hat Medienkontakte bei Fox News. Und der nutzt die natürlich dann im Weißen Haus, indem er einfach den ganzen Sender auf sich zieht, weil er sagt, morgen, hier, rede. Und dann steht Stephen Miller daneben und sagt, Mist, der hat schon wieder genau gewusst, wie der Dienstplan bei Fox News aussieht und hat sich da sieben Minuten extra geklaut. Gut. Also Stephen Miller, zu dem will ich mal noch was sagen, es gibt so Menschen, die können nicht gewinnen. Selbst wenn sie gewinnen, blenden sie das komplett aus, was sie gewonnen haben. Und er eifert sich schon wieder an ihrem kleinen, nicht gelungenen, so, weißt du, du kannst die ganze Regierung auf Stephen Miller Linie bringen. Aber wenn am Morgen dieser eine Halbsatz nicht irgendwo in dem Paper drinsteht, das er da produzieren wollte und so weiter, ist das für ihn die Niederlage. Und alles, was er bisher, oder was für ihn erreicht wurde, ist einfach, also so eine unglaubliche Unzufriedenheit, die man bei ihm immer sieht. Und da bin ich mal gespannt, wie das übersetzt werden kann in Regierungshandeln. Das ist einfach, das ist Drama, ist das. Gut, eine Personalie noch im Bild. Zappeln ließ Trump seinen ehemaligen Widersacher Marco Rubio, der seit Tagen als künftiger Außenminister gehandelt, eben aber erst bestätigt wurde. Dafür hatte er im Vorfeld seine Position zum Krieg in der Ukraine angepasst. Die Ukrainer haben sich unglaublich mutig gegen Russland zur Wehr gesetzt, aber letztendlich finanzieren wir einen Pattkrieg. So, kennst du die neuen Definitionen und Lebenswandel von, wie heißt er, der lustige Schauspieler, der Ja-Sager, der Cringe? Wie ist sein Name nochmal? Alle Hörer wissen schon Bescheid, nur wir Rätseln. Wir rufen das rein und wir nicht. Carrie. Jim Carrey. Jim Carrey, genau, ja. Jim Carrey hat irgendwann so einen Lebenswandelpunkt markiert für sich, bei dem er sagte, ich bin eine Person der Öffentlichkeit und auch das muss ich öffentlich darstellen. Nämlich, ich habe sehr lange Jim Carrey gespielt und jetzt mache ich das nicht mehr, sondern ich frage mich jeden Morgen erst, wer bin ich wirklich? Und dann gehe ich aus der Tür und bin derjenige, der ich wirklich bin. Und er hatte dann so eine Definition von Depression, nämlich depressed, also du bist depressed und da muss man die Worte auseinanderziehen. Dein Körper ist in Deep Rest. Er ruht sich einfach aus von der Mühsal und Anstrengung, die du ihm kognitiv aufgebürdet hast. Du hattest einen Termin heute Abend, gebucht wurde Jim Carrey und du musstest Jim Carrey spielen, aber eigentlich wolltest du es nicht. Du hast aber auch gesehen, dein Körper kann das, die Fähigkeiten sind da, du wurdest ausgebildet, Schauspiele, was auch immer. Also gehst du abends hin und machst die Leute glücklich, aber verlierst dein eigenes Glück dabei komplett. So, und wenn ich Marco Rubio sehe, wenn ich Marco Rubio sehe, habe ich genau dieses Gefühl. Der Typ weiß ganz genau, dass er da eine Rolle spielt, dass er dem Friseur sagt, bitte mach die Haare so, dass er sich diesen Anzug so anziehen muss. Der ist also die ganze Zeit eigentlich im Wettkampf, im Widerstreit, im Ah, okay, okay und so. Also, weißt du, und eigentlich zieht ihn sein Körper die ganze Zeit in den Deep Rest Alter, komm runter, setz dich hin, ruhe dich aus. Und ich glaube, das wird ihn zerbrechen. Diese Rolle, die ihm da jetzt zukommt, so viel Schauspiel, überall kommt er hin und muss die Trump-Präsidentschaft, die Trump-Regierung, die Trump-Agenda durchsetzen. Und alle werden sich ihn anschauen und sagen, ich habe dich gesehen auf der Debattenbühne 2016, als du wirklich gesagt hast, wovon du überzeugt bist. Du kannst es mir hier nicht vorspielen. Und dann muss er aber so tun, als doch, ich versuche es jetzt nochmal dir das vorzuspielen. Also das finde ich ganz tragisch mit Marco Rubio. Das glaube ich auch. Es ist so, kannst du eigentlich überhaupt noch sagen, dass das jetzt ein Erfolg ist? Ja, genau. Weil alle haben ja gesehen, was du dafür tun musstest. Ja. Ja, also kannst du noch sagen, es ist ein Erfolg, dass ich jetzt in dieses Amt gekommen bin, wenn davor klar war, du musstest auch auf einer Bühne quasi dich auf die Knie knien, ja, die Hand von Donald Trump küssen und um Abbitte schwören. Ja, also ist es dann noch ein Erfolg oder sieht nicht einfach jeder genau das, was man halt eben sieht? Nämlich, dass du dich letztendlich die Selbstaufgabe für das politische Amt und wie gehst du dann damit, sind dich raus, ja? Also kannst du das auch überhaupt noch vor dir selbst als einen Erfolg verkaufen? Ist es das am Ende wert? Ja, wie scheidest du dann aus, wenn eigentlich die Erzählung, genau wie du es gesagt hast, die Erzählung ja von vorne bis hinten klar ist. Also keiner zweifelt ja daran, es gibt ja keine Alternativerzählung, sondern alle wissen, naja, Marco Rubio hat sich dem halt ergeben, ja, also er will halt dieses Amt und dafür ist er bereit, alles zu sagen und zu tun, aber das hat ja mit ihm in dem Sinne nichts zu tun, außer dass er halt eben Macht will, ja, politische Macht und dieses Amt, um sich halt in irgendeiner Art und Weise dafür dann auch zu belohnen, so, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber du wirst daraus jetzt keine Führungspersönlichkeit mehr oder so, ne? Du hast dich eben nicht nach oben gekämpft, sondern du hast dich nach oben, so brutal ist es, nach oben gebückt, so, ne? Ja. Wolfgang Ischinger war jetzt in diesem Table Media Podcast oder irgendwo zu Gast und hat auch mal so ein bisschen darüber geredet, wie geht denn jetzt mit Trump um? Und er erzählt dann, schildert dann so, wie er damals als deutscher Botschafter in New York so einen Termin hatte, wo es noch hieß mit Frack und Sternchen und was auch immer. Und da war Trump auch anwesend. Und er hatte dann damals mit Trump gesprochen und meinte so, ja, sie kommen doch auch aus Deutschland und Trump dann, ja, ich war da auch mal da in Karlsbach oder wie das heißt, keine Ahnung, wo meine Vorfahren herkommen und ich war dann sehr enttäuscht, da hängt ja nicht mal eine Plakette oder so. Ich dachte, wenn man in New York was erreicht, dann erinnert man sich in der Heimat da dran. Und dann zieht Ischinger daraus den Schluss, ja, man muss jetzt Trump sozusagen in diesen Ort einladen, den entsprechend herrichten und sagen, wir sind die Quelle von Trump, wir wollen etwas davon abhaben, wie auch immer. Aber ich habe im Subtext rausgehört, ihm was vorspielen. Und ich denke mir jetzt so ein bisschen, Marco Rubio ist eigentlich der ideale Kandidat dafür, ihm etwas vorzuspielen. Also ich stelle mir so vor, Münchner Sicherheitskonferenz und dann heißt es, ja, jetzt die Rede des amerikanischen Außenministers und der fängt plötzlich an, so eine inhaltliche Rede zu halten. Und dann gucken sich alle im Publikum so an, hä, wie Inhalte, wir wollen hier Spaß haben. Also die drei Punkte, die sie uns nennen wollen, die können sie uns doch schnell schicken. Da reicht auch der Prompt, wir fragen dann selber, Claude, was damit gemeint ist. Und, aber Marco Rubio jetzt komplett auflaufen zu lassen, also richtig so, wir wissen, was die amerikanische Regierung will, sie müssen es uns nicht sagen, wir wollen hier nur Spaß haben. Wir können die Rede auch streichen, wollen wir direkt zum Essen gehen, hier der Bayerische Hof und so, ja. Also einfach komplett dieses, also die ganze Idee, dass Marco Rubio kommt, um inhaltliche Akzente zu setzen, muss von vornherein kontrageboten werden. Ja, das, ja, glaube ich auch. Ja, allein schon, allein schon, weil er auch nicht der Mann ist, den man, also, für Donald Trump. Ist ein bisschen wie Söder im Bundestag, weißt du? Ja. Man kann ihn nicht ernsthaft für eine Rede einladen, sondern nur für ein Happening. Für ein Happening, genau, ja. Donald Trump ist ja auch schon, also für Donald Trump ist ja auch schon klar, dass Marco Rubio der Loser ist, so, ne. Also das ist ja auch schon von Anfang an klar, also der wird ja in seinen Augen nicht mehr zu einem Gewinner, sondern das ist halt, weil er sich halt eben so ihm anbiedern muss, das ist zwar klar, okay, du wirst jetzt dafür belohnt, so, viel Spaß damit, ja. Aber eigentlich ist er für ihn ein Loser, so, weil er hat ihn geschlagen, ja, er konnte sich eben nicht durchsetzen und damit muss er jetzt, ja, auch ringen. Das ist aber auch klar, dass natürlich die, die ganz großen Entscheidungen gehen von Donald Trump aus, ja. Und ich glaube, das hat ja, fand ich ja auch ganz interessant, du hattest ja auch nochmal weitere Clips von Mark Rutte oder so, ne, dieses erste Zusammentreffen dann irgendwie. Und dass Mark Rutte ja auch darauf reagiert hat, auf Donald Trump, indem er halt eben nicht quasi den Druck aufgebaut hat in Form von, wie es jetzt zum Beispiel an der Nina Baerbock gemacht hat, ja, jetzt muss Europa zusammenstehen und jetzt müssen wir quasi da Konter geben, sondern ja ganz interessant eher so, ja, Herr Präsident, wir brauchen Sie. Ja, und dann quasi bei Donald Trump so was ausgelöst hat, ah, ich kann hier euer Star sein, ja, ich kann hier für euch mich, mich quasi einsetzen, ihr braucht mich, ich werde von euch gerufen, naja, gut, dann belohne ich euch dann, ja, auch in dieser Form, ja. Also das ist ja, das ist ja da auch so ein bisschen drin, diese Dynamik eher, ne, eben nicht den Konter geben, weil wenn du Konter gibst, dann will Donald Trump auch Konter geben, weil er will sich am Ende behaupten und durchsetzen. Und genauso hat es Ruby auch in dieses Amt geschafft, indem er dann halt eben gesagt hat, aber bitte, bitte, Herr Präsident, ja, Sie sind doch der Große, Sie sind doch der Große Held, was soll Europa denn ohne Sie machen, ohne Ihre Unterstützung? So sind Sie nicht bitte bereit, uns zu helfen und dann gönnerhaft zu sagen, naja, gut, ich bleibe in der NATO für euch, das ist okay. Und ich glaube, dass das, also Ruby wird bei diesen großen Entscheidungen auch einfach übergangen werden, ne, also der ist da letztendlich. Aber richtig hart halt, ne. Es wird ja so eine Situation sein, dass er bei der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rede hält, die Bühne verlässt, Trump gesagt wurde, dass das gerade im Fernsehen lief, er für 30 Sekunden reinhört, dann irgendeinen Twitterspruch macht, der ganz München umkrempelt und Ruby so, ich weiß auch nicht, was da gerade passiert ist. Ja, ich glaube, genau, ich glaube auch, dass er da, ich glaube auch dafür, dass er dafür da ist, quasi schon vorgeführt zu werden, ne, er fährt zur NATO dann, macht da wahnsinnigen Druck, ähm, setzt die Position von Donald Trump durch, ja, also hier kommt gar nichts mehr durch, wir werden euch nicht unterstützen, wenn ihr nicht das und das und das macht, darf diesen Druck dann aufbauen, damit Donald Trump dann reinsegeln kann und das alles wieder vom Tisch nehmen, was er da aufgebaut hat, ja, und sagen kann, naja, aber ich kann's auch anders mit euch regeln. Und dann ist, und dann steht Marco Rubio am Ende blöd da, ja, weil er das halt eben durchsetzen musste, weil er da letztendlich nur dafür da ist, halt irgendwie der harte Hund zu sein, den Druck aufzubauen, damit Donald Trump dann kommt und das zerlegen kann, ja, dafür ist er da. Ich glaube, Rubio wird so wenig Kontakt und Zugang zu Trump haben, dass er nicht mal bekannt geben kann, dass er morgen auf irgendeiner Konferenz ist, um dort für Amerika zu sprechen, sondern Trump wird das dann ganz reaktiv sehen bei Fox News, äh, das kommentieren und damit die Außenpolitik bestimmen. Ja, er wird keinen einzigen Erfolg haben, er wird keinen einzigen persönlichen Erfolg haben, das wird alles Donald Trump einspeisen, ja. Also Rubio tut mir ein bisschen leid, wir müssen darüber einreden, äh, da hab ich den Clip nicht, aber Matt Gates, alle Fernseh-Podcast-Zuschauer wissen, wer das ist, gestern hat mich auf Twitter jemand gefragt, als ich die New York Times-Meldung mit, es wird schlimmer als wir dachten, äh, gepostet habe, äh, kannst du mir das einordnen, ich hab den Namen noch nie gehört, wo ich dachte, äh, wie, was? Also, alle Fernseh-Podcast-Zuhörer wissen, wer Matt Gates ist, so, und davon ausgehend, was zum Teufel macht Trump da? Ja, Trump, also Trump interessiert sich für quasi, sagen wir mal drei Posten, wer wird, ähm, Verteidigungsminister, wer wird sein Chief of Staff, mit dem er dann wirklich täglich Kontakt hat, und wer wird Justizminister, also wer wird diese Trump anklagen, die alle illegal sein werden? Der Supreme Court hat sich ja alle legalisiert jetzt, aber die, äh, bisher, in der bisherigen Geschichte wäre das alles illegal gewesen, was Trump jetzt mit dem Justizministerium macht, so, und sein Ansprechpartner dort soll, mal, ich bin sehr, also ich bin, äh, man kann gar nichts sagen, nach jetzigem Stand soll es Matt Gates werden. Ich kann mir das nicht erklären. Mehr Molotow-Cocktail kann man gar nicht in ein System werfen. Nee, das, was, genau, ähm, was halt deshalb irgendwie nahelegt, was ja auch schon viele dann halt irgendwie so vermutet haben, dass es irgendwie eine andere Strategie dahinter gibt, ne? Irgendwas muss da sein, ja. Vielleicht nicht darum geht, dass er Justizminister wird, sondern das war ja auch so eine Idee von, naja, man stellt ein komplettes Kabinett vor, und man weiß halt eben schon, so läuft es ja oft bei diesen Anhörungen, ne, man hat halt einen faulen Apfel dabei, auch den, den kann man dann quasi den Leuten so zum Fraß vorwerfen, damit die republikanische Partei, ja, und die, weiß ich nicht, die, die Widersacher im Kleinen dann halt irgendwie sagen können, naja, den haben wir verhindert, ja, und jetzt sind wir mit dem Rest auch zufrieden, ja, dass man da irgendwie so eine Art von Tausch zumindest simuliert und deshalb den Beklopptesten halt irgendwie aufstellt, nur um ihn dann später zu streichen und durch jemand anderen zu ersetzen und um alle anderen halt eben durchzuwinken, ja, dass man da so eine Art von innerparteilicher Demokratie noch irgendwie inszeniert. Ja, toll, also, das ist, ja, das ist so ein bisschen die Frage, ob das da so drüber liegt, oder, das ist die andere, das ist die andere Erklärungsmöglichkeit, ist es einfach ein Loyalitätsbeweis, ja, auch der republikanischen Partei gegenüber, so nach dem Motto, das ist der Bekloppteste, den man sich vorstellen kann, es ist jetzt aber euer Job zu sagen, dass das gut ist. Genau, also das ist nämlich, also es rangiert zwischen zwei Polen, der eine Pol ist, Trump schlägt dem Kongress für die Anhörung und für die Ernennung denjenigen vor, aus ihren eigenen Reihen, den sie am meisten hassen und der sie auch am meisten durcheinander gebracht hat. Ja. So, um ultimativ der Welt zu zeigen, ich regiere hier, der Kongress macht alles, was ich will, alles, also wirklich, er kann das dann gar nicht nochmal toppen, Matt Gaetz vom Kongress durchwinken zu lassen als Justizminister Amerikas, noch irrer kann gar keine Entscheidung getroffen werden von Donald Trump in den nächsten vier Jahren, also ist es sozusagen top. Stopp. Oder wir haben dieses Projekt 2025 da und so weiter hoch und runter und da geht es ja nicht nur 900 Seiten lang, das sind unsere Ideen, sondern da ging es ja ganz konkret darum, wir haben hier 50.000 Leute, wir bilden die aus, wir schaffen so eine neue konservative Intelligenz, für jeden Posten sollen zehn Leute dastehen, die bedingungslos die Aufgabe erfüllen, Trumps Agenda und so weiter und so fort. Was ja zu der großen Angst geführt hat, dass jetzt wirklich top ausgebildete Leute, die sozusagen juristisch geschult und auf die Agenda getrimmt bereitstehen, um ganz perfide und dann sah es ja auch so aus, als hätten die einen ganz großen Erfolg, indem sie J.D. Vance da in diese Vizepräsidentenrolle, also sie haben Trump ihn als Kandidaten verkauft und die ganze Welt hat gesehen, der funktioniert nicht gut fürs mediale Geschäft, aber er ist wahnsinnig gefährlich. Also der ist einfach ideologisch durchtrieben und der hat die richtigen Kontakte und so weiter. So. Und es kann auch einfach sein, dass diese ganze Heritage Foundation sagte, ja, wir haben es versucht, noch ein paar J.D. Vance zu finden, aber es gab leider wirklich nur den einen, die anderen sind alle idiotisch, nimm doch den Matt Gaetz. Also, dass das sozusagen der Gipfel der Möglichkeiten ist, personell dieses Amt zu besetzen. In dieser, vielleicht ist er einfach der, der übrig blieb, ja, vielleicht, das Abend war noch offen, Matt Gaetz war loyal, also Matt Gaetz, ja, ähm, möglich, ich halte auch das nicht für, ich halte auch das nicht für ausgeschlossen. Ich meine, letztendlich, wir können ja hier auch nur spekulieren, weil solange wir nicht wissen, wie das dann eben im Kongress aussieht und ob er tatsächlich durchkommt, ja, und ob er sich dann da auch halten kann, das ist ja jetzt so eine Phase, Januar, sagen wir mal, plus drei Monate, in dem man dann so sehen kann, wie organisiert sich dieses Kabinett, was bedeutet das eigentlich dann, so, ne. In dem Rahmen kann man jetzt ja nur spekulieren, aber ich denke auch, auch das ist durchaus möglich. Also, Donald Trump, irgendjemand hat, glaube ich, auch auf Twitter geschrieben, ist doch schön, ja, er nominiert alle seine Internetfreunde und so ein bisschen wirkt es ja auch so, ne. Also, weil es ist genau so, es ist das Bekloppteste, was man sich vorstellen kann und das sind genau die Namen, die man im Kopf hatte, wo man immer so dachte, oh, bloß nicht die, ja. Ja, also Stephen Colbert, Stephen Colbert hat ja schon seine große Freude daran und reproduziert ja auch so ein bisschen Zeitungswissen und es war wohl irgendwie so, dass die neue Susi Wilds gerade nicht im Raum war, als Trump intern verkündete, er wird Matt Gaetz zum Justizminister machen und es auch gleichzeitig öffentlich verkündete, weil ansonsten hätte sie wohl nochmal interveniert. Also, ganz, ganz, ganz irre. Hier noch ein Clip zum Thema, du hast dich auf Twitter zu Recht darüber aufgeregt, deswegen müssen wir das nochmal kurz thematisieren. Als Gast kehrt Donald Trump heute nach Washington zurück. Joe Biden hat ihn dorthin eingeladen, wo er im Januar wieder einziehen wird. Gute amerikanische Tradition. Doch Trump selbst hatte Biden diese Geste vor vier Jahren verweigert. Einer Frond. Ich gratuliere und wir werden uns wie versprochen um einen reibungslosen Übergang bemühen. Wir werden sicherstellen, dass sie alles bekommen, was sie brauchen. Danke sehr. Politik kann hart sein und ist oft keine nette Welt. Aber heute ist die Welt nett und ich weiß, das zu schätzen. Der Übergang wird so reibungslos sein, wie nur möglich. Fast zwei Stunden sitzen Biden und Trump im Oval Office zusammen. Details dringen nicht nach außen. So, was gibt's zu kritisieren? Also, ich finde, du kannst nicht sagen, das ist der Kampf um die Demokratie. Das ist das letzte Battle, das wir hier führen könnten. Es kann nicht im Raum stehen, naja, dritte Amtszeit von Donald Trump ist quasi schon ausgemacht. Die Demokratie wird hier abgeschafft. Der wird sich in der Zeit zum Diktator heranputschen, was auch immer. Der wird dieses System komplett zerlegen. Und dann sitzt du neben Joe Biden und der grinst dich an und sagt, wir werden da garantieren, dass der Ablauf so reibungslos sein wird wie möglich. Also, das passt einfach nicht zusammen. Was ist denn hier die Erzählung? Also, der sieht nicht mal traurig aus oder so. Also, da passiert auch nichts mehr in der Mimik, wo du jetzt sagen könntest, hier ist jemand unzufrieden damit, wie es läuft. Sondern Joe Biden saß da den ganzen Tag lächelnd und froh darüber, dass er jetzt nicht mehr Präsident sein muss. Ich weiß es nicht genau. Aber so kannst du doch damit nicht umgehen. Das zerlegt doch deine komplette Erzählung von davor. Also, das ist die Basis, auf der du deinen Wahlkampf aufgebaut hast. Das ist die Basis, auf der die Demokraten sagen, deshalb geht es nicht. Deshalb müssen wir Donald Trump verhindern. Und dann sitzt du drei Tage, vier Tage später da, schüttelst in die Hand, grinst ihm an und sagst, keine Sorge, ja, wir legen dir die Schlüsse zu jedem Raum hier hin. Die Tür stehen dir offen. Du kannst machen, was du willst. Wir werden dafür sorgen, dass der Übergang so reibungslos wie möglich ist. Machen Sie sich gar keine Sorgen darüber, Herr President-Elect. Ich finde das auch crazy. Also, das ist wirklich verrückt. Das ist crazy. Insbesondere, weil Donald Trump diese Termine alle nicht anberaumt hat, als er das Weiße Haus verließ. Sondern dann hat er sein mediales, oh nee, hier wurde die Wahl gestohlen und so fabriziert. Ja, es war ein Affront. Ja, es war ein Affront, dass Donald Trump zum Übergang von Joe Biden ihm nicht die Hand geschüttet hat. Also, ich meine, den kleinen Akt hätte man doch jetzt auch mal machen können. Also, wenn es schon um die Frage geht, ist dieses System irgendwie haltbar oder nicht, dann schütte ihm doch wenigstens nicht die Hand. Dann sagt er, ist der Präsident, ja, Sie sind jetzt Präsident, es ist, wie es ist. Genau. Viel Spaß. Ich hätte auch gedacht, wenn man den Termin anberaumt, weiß man, man hat jetzt noch zwei, drei Minuten eine Botschaft und dann hat man aber keine. Wie zum Beispiel, Sie haben jetzt, und dann hebt man die Hand, für die nächsten vier Jahre, um nochmal klar zu markieren, wir, die demokratische Partei, wollen, dass in vier Jahren wieder gewählt wird. Ja, also, irgendeinen Punkt kann man doch mal machen, der dann später aus den Archiven herausgekramt wird, sodass man dann sieht, ah ja, Trump hat da auch Ja gesagt. Ja, also, man hätte ihn nochmal einschwören können auf die Demokratie, um zu sagen, so, Sie sind jetzt nochmal vier Jahre hier Präsident, okay und so. Ja, dass man so ein, ja, Trump hat dem zugestimmt, irgendwie sowas. Genau, meinetwegen, genau, meinetwegen, gib ihm die Hand und sag in dem Moment genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, sag in dem Moment, Mr. Präsident, ja, ich hoffe darauf, dass sie dieses Land irgendwie gut lenken werden, dass sie die Demokratie im Blick behalten, was auch immer, ja, dass sie, dass sie an das Glauben, für das die USA stehen, was auch immer, ja, irgendwie so eine Erzählung da noch ranhängt. Und ihm dann tief in die Augen schauen und quasi den Handschlag darauf oder irgendwie sowas in der Art und Weise, ja, dass wirklich klar wird, was für eine Dimension das hat, weil so zerlegt man sich ja im Nachhinein alles. So ist es am Ende, ja, an sich ist Donald Trump auch nur ein ganz normaler Republikaner, wir haben halt ein bisschen rumgefakt, ja, damit ihr uns wählt, hat leider nicht geklappt, sorry Leute, ja, wir sind in vier Jahren wieder da. Also, das ist echt ein Problem, Joe Biden ist ein Problem. Ich finde auch, jetzt rückblickend, ich hab's ja mir damals schon gewünscht, aber die Demokraten hatten genug Zeit für einen Vorwahlkampf. Also, Amerika ist eine medienpolitische Veranstaltung, so, es muss im Fernsehen stattfinden. Und dass die Demokraten keine Vorwahlen gemacht haben, war ein Fehler. Das sehen jetzt alle, glaube ich, so langsam ein. Und ich kann immer noch nicht verstehen, dass man Gavin Newsom hat und dann nicht auf die Bühne lässt. Völlig absurd. Ja, und es gibt eine Erzählung, die, ich weiß nicht, ob ich sie in Gänze teile, aber die ja trotzdem, also diese Idee von der Zentrismus ist in der Art und Weise tot, ne? Also, damit lassen sich keine Wahlen mehr gewinnen. Was du ja in gewisser Weise auch schon gesagt hast, ne? Man, in den 29ern, glaube ich, es geht letztendlich um eine mediale Inszenierung und es geht auch um einen Kampf gegen ein politisches Establishment, gegen ein Weiter-So. Und das war natürlich jetzt für Harris sehr, sehr schwer, das in sich zu verkörpern, aber dass man eigentlich das, was die Republikaner eben in dieser Form von Anti-Establishment Donald Trump für sich irgendwie eingesackt haben, eben eigentlich auch für die demokratische Partei machen soll. Wo man jetzt zum Beispiel auch sagen könnte, wo sich gerade irgendwie alle darüber aufregen, ja, von Konservativen her oder es toll finden, dass jetzt vielleicht AOC dann irgendwann Präsidentin werden könnte, ja, oder zumindest Kandidatin, weil die dann sagen, oh, die Demokraten sind so dumm, sie haben es nicht gelernt. Aber man muss ja sagen, AOC ist ja viel weniger zentristisch als zum Beispiel Harris, ne? Also sie verkörpert ja in gewisser Weise etwas anderes, eine ähnliche Anti-Establishment-Idee noch, ja, eine radikalere Idee als die demokratische Grundpartei und könnte damit dann in der Erzählung quasi erfolgreicher sein, weil sie halt eben polarisierender ist. Ich finde, Amerika braucht jetzt grundsätzlich erstmal eine Selbstvergewisserung, eine Restabilisierung in diesen turbulenten Zeiten, in denen man sich sozusagen diesen turbulenten Sachen geschlagen gibt und sagt, Amerika erfindet sich immer alle vier Jahre neu. Das hat es bisher gemacht und das wird es auch weiter tun. Also dass man von diesen absoluten, jetzt wird die Demokratie zerstört. Nein, Amerika zerstört, wenn allenfalls für vier Jahre die Demokratie, weil danach wird ja demokratisch entschieden, wie es weitergeht. So, und das muss jetzt etabliert werden. Und dass hier niemand mit Joe Biden sprach vorher, um jetzt so eine neue Identität Amerikas zu begründen und zu sagen, krass, wir liegen ja ganz schön weit auseinander, also sachlich und sozial geht es ja wirklich außer Rand und Band und so. Es ist ja wirklich alles krass. Eigentlich würden wir direkt Bürgerkrieg machen. Aber eine Konstante haben wir, alle vier Jahre erfinden wir uns neu. Und es wurde einfach nicht etabliert, sondern jetzt so, Herr Trump, bitteschön, ich hoffe, es wird smooth. Ja, genau. Das ist ja doch so die demokratische Freude darüber, dass Trump nicht verloren hat, weil, oh nee, dann hätten wir wieder so einen Stress mit der Anerkennung der Wahl und so. Ja, genau. Und das klingt und das wirkt halt schon so wie etablierte Parteien, anstatt jetzt quasi darauf aufbauen, so eine Art von eigenem Bewegung von unten nach oben zu inszenieren zumindest. Ja, so, wir sind jetzt die Underdogs, wir müssen jetzt gegen das Establishment kämpfen, wir sind jetzt, also auch das kann man machen. Die Republikaner haben auch damit erfolgt, dass sie eine Erzählung haben von, wir sind die Unterdrückten, ja, die uns hier sich gegen diesen Staat wehren müssen. Das ist jetzt auch der Moment für die Demokraten. Ja, wir sind hier die Unterdrückten. Ihr BürgerInnen seid die Unterdrückten einer fehlgeleiteten Wirtschaftspolitik, eines Wirtschaftsliberalismus, unter dem ihr leidet. Ja, und darauf müssen wir jetzt irgendwie aufbauen. Und ich glaube, dass darin irgendwie die Hoffnung der Erzählung liegen muss, ja. Irgendwie innere Wettkämpfe anzustreben, eben wie so eine Vorwahl darum zu ringen und dann eben auch zu sagen, wir sind die Underdogs und wir kämpfen uns jetzt wieder nach oben. So wie unsere WählerInnen hier quasi die Underdogs sind, die sich nach oben kämpfen müssen. Gegen Donald Trump und dieses wirtschaftsliberale Establishment. Das ist sowas.